In der Kurzgeschirren werden, meine Sonntagsbeschäftigung und das Gerät ist wirklich toll, aber man sieht, sie hat wirklich ganz dichtes Fell, also es ist wie Schafe scheren, immer so Stück für Stück. Ja, aber sie macht das ganz toll, ist fein, super, richtig tolles Gerät, also ich freue mich da so drüber.